Ja hallo und herzlich Willkommen, schön dass ihr wieder mit dabei seid. Einiges ist eigentlich noch zu tun, also hier können wir noch, das haben wir durch Motor, Hybrid, Röstung, Geschwindigkeit und Turbo, Spoiler Räder und jetzt neue, Räder 4 sogar, Licht, aber nichts mehr, Struktur, Motor nicht, Spoiler, ja wir können es mal rein nehmen, ich weiß nicht was er bringt, Spoiler 3, in Rot, ok, bringen wir hier rein, das M sozusagen, Motorsport oder so, Mitarbeiter können wir auch mal bezahlen wieder, dann sind wir hier dran, gerade, dann wieder voll, ok, dann haben wir zumindest schon mal jetzt hier die, ich denke mal die Wei-, äh, die schroten Malz, äh, Malz, so, Ich muss mal, genau, wenn ihr eine Idee habt für ein schönes Logo, also nicht mehr Logo, genau, aber für eine Biersorte, dann sagt, schreibt sie bitte mal in die Kommentare, denn wir werden nicht mehr lange mit dem Münsterland TV Blurrer, leben müssen, so, ist halt die Frage, ist halt die Frage, ist da schon das neue Logo drauf, weiß ich gar nicht, so, Mikro ist aber an, naja, das ist jetzt immer so ein Blick wert, so, ich glaube, jetzt hier liegen bei, ich weiß nicht warum, das zu nah dran ist, oder, wie auch immer, ist ein Feature oder ein Bug, ich weiß es nicht, aber alles andere funktioniert zumindest schon mal, Motor aus zum Beispiel, und soll er halt dahin fliegen, so, wir müssen eigentlich nicht nach unten gehen, wir müssen hier rüber rennen, wenn das jetzt nämlich losgeht, dann fangen wir nicht an mit Flaschen, da wird noch, wir können hier drin mal gucken, wir werden noch einen Arbeitsschritt haben, ne, Der ist noch am, muss wahrscheinlich noch am Braut sein, nicht am, so, das Update kostet 3000, aber wir können Wasser ja schon mal bestellen, hier kommt das Wasser schon mal, hier kommen wir runter, wir gucken noch mal unten rein. Er wartet auf Hopfen, ist doch hier, ach die haben wir noch nicht miteinander verbunden, glaube ich, ne. Die haben wir noch nicht verbunden, wir helfen. Die haben wir jetzt miteinander verbunden, damit die das einfach nicht mitnehmen, ne. Jetzt passt das ja. Oh, haben wir schon 14? Ne, wir haben erst einen. Dann muss ich noch mal los. Aber läuft, jetzt läufts, ne. Ah, das Wasser jetzt auch da, das ist gut. Es dreht sich hier irgendwie ganz komisch ein. 2 Liter sind noch drin. Die liefert an. Auch komisch, dass hier keine Wasserleitung gibt, ne. Aber das ist vielleicht das bessere Wasser, kann natürlich sein. Quellwasser oder so. Hier passt das nicht drauf. Was soll die denn machen? Dafür haben wir sie ja noch. Okay. 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 Es läuft, hoffentlich bald. Aber wie gesagt, noch baut der ja unten. Es müsste eigentlich irgendwann parallel alles laufen, ne, wenn wir das Geld haben. Da könnten wir nochmal den holen, damit der auch. Und jetzt die Geschütter. Ja. Und jetzt die Lieferung. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich würde das mal auffüllen. Der muss natürlich weiterlaufen, ne? Okay, das haben wir dann auch. Oh, ist der der oben? Der müsste es ja schon können. Hier geht der hier. Arbeitsplatz zuweisen. Dann geht der in die neue Brauerei. Das neue Braufass. Hier, zack. Der hat einen süßen. Ich weiß nicht, worum der geht. Der geht wahrscheinlich außenrum, oder? Jetzt kommen wir nochmal rein. Und dann geht der. Damit es ja auch nicht langweilig wird, ne? Aber richtig. Der nicht hier hin. Die müssten zu zweit sein, die aufräumen, oder? Ja. Mal zuweisen. Komm mit. Jetzt. Bist du nicht hierfür zuständig ab jetzt? Dann würde ich Gedanken machen. direkt mit dem nächsten das sollte eine größere Menge haben zack zack, da mache ich immer das noch mal hin das ist jetzt nicht die Welt so aber so und zack und zack das kann hier noch nicht die helfen sich gegen welche das ist ja noch cooler das ist noch besser für mich dann haben wir hier unten zwei Leute die befüllen da schön das ist jetzt die Frage das müssen wir jetzt mal testen ob wir jetzt die beiden Braukessel da sehen das ist schön dann können wir nämlich hier sagen auch guck mal wir brauchen das können wir noch das können wir noch geht 390 und fangen wir nämlich hier auch an zu befüllen jetzt machen wir erst mal das andere ich finde es cool macht richtig Spaß hier das erste Bier auch wenn ich so Bier nicht groß trinke aber es ist interessant was für ein Aufwander ist hier Hefe 11 von 10 haben die 1 zu viel drin lasst uns mal Lieferung Hefe machen 24 Säcke pro Einheit ob es hier richtig ist bestellen wir einmal Hefe und einmal oh ist schon viel Geld lasse ich gerade so bestellen wir es so 13 ist okay okay ich kann doch was hier unten noch einfüllen ich kann doch was hier unten noch einfüllen mit dunkler Eise untertragen nur das Geizko, wahrscheinlich nochmal Anladung, Hilfe und das wird alles gut zu wissen ich wollte mich schön hinten hinstellen das finde ich echt cool dass sie sich helfen was raus dann können wir mich da mal hinstellen es läuft ne vielleicht nur gucken dass wenn das bier fertig ist dass es oben auch abfüllen dann so sehr schön ein aufzug wäre cool wenn man uns reinpackt und verlegen die scheinen schon abzufüllen das ist gut so 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 dann mal tanken dann gucken wir nach dem abfüllen wenn wir ja dann auch zack so wenn man fand mitnehmen vielleicht hier flaschen so wir sind bei 23 Minuten wir gehen rüber die nächste folge und sehen uns da wieder bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin